Kunst kann viel. Menschen begeistern oder irritieren, miteinander in Dialog bringen, Stimmungen erzeugen oder dabei helfen, besser mit traumatischen Erlebnissen umzugehen. Diese Idee von einer Frau oder einer Mutter mit einem Kind im Krieg in Syrien im Kanton Afrin. Ich bin Kurde und diese Frau, auch Kurde, hat eine Türkei eine Bombe gemacht, elf Kinder mit einer Bombe getötet. Und diese Zeit hat eine Mutter gekommen, hat so mit Kindern genommen und weinen und streichen. Ich glaube, Kinder heisst Hamoudi. Sie rufen Hamoudi aufstehen. Und diese Zeit, ich habe so, ich habe in meinem Kopf so, muss ich etwas machen. Und da mit Speckstein, ich habe so eine Idee, eine Frau, eine Mutter mit Kindern so gemacht. Jussef kommt regelmässig einmal pro Woche ins BBZ und konnte durch seine Beschäftigung die Erfahrungen der Flucht aus Syrien verarbeiten. Im BBZ Zürich haben die Menschen die Möglichkeit, sich in vielfältiger Weise kreativ auszudrücken. Sei es durch Malen, handwerkliches Arbeiten mit Holz oder Ton, beziehungsweise durch das Bearbeiten von Speckstein und anderen Materialien. Vielleicht ist es traurig auch, aber wann habe ich einen Weg oder ich kann schicken, diese Figur von dieser Mutter, von diesem Kind, von Mutter Hamoudi. Ja, ich glaube, wie ein Geschenk. Ich glaube, wie ein Geschenk. Ich glaube, wie ein Geschenk.